Oh, Nacka! Lade, nackaack! Let's do this! Ah, tut du gefangen! Hat die du süß Kacke gespawnt? Ja, aber mir hat die du gefangen, oh fuck! Ich konnte nicht auch alles spawnen! Es ist nicht mehr schlimm gespawnt, gelieb mir! Am Durf! Du lebst dann! Nee! Das ist nicht Fleisch doch! Hallo! Stopp, 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 stopp! Wir können darüber schwärzen! Okay, komm raus, dansen, Bessi! Ja, wo warst du? Ich weiß nicht, wo ist die Bess? Hi, Wadish! Hey, das ist Schwierigkeiten, die Truppe gespawnt. Falsch gesehen haben wir deine Nummer. Wann schaub ich die Ziele? Ja, schmangen! Nein, ich kann nicht achten! Nee! So! Ah, schaff! Wir wollten nichts zu einfach machen! Wir wollten nichts zu einfach machen! Wir wollten nichts zu einfach machen! Ah, nein, geht geht! So! Expert! Ja, Mann! I'm a hardcore bitch! No Fadenkreuz! Oh! Woh! 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 das ist erlaubt wir müssen nicht kurz bitten oh ja was ich weiß gar nicht mehr Polis wir müssen das jeden mal ich gehe mal um einen Schopf kaufen warte, ich bin schwul Sniper hä, ich komme jetzt ich bin schwul BAS ja, wir können nicht mehr an den ersten Person gehen das ist ein Problem PASCH, wie spielt das schon bei Sniper in der ersten Person hihihi du brauchst nicht verpassen das geht ja mein PASCH ich habe schon 15 Minuten gestellt das ist nicht schlimm das ist nicht schlimm das kann ich nicht gerade oh, wenn ich das schaust schön schnitt tritt, oder? das wäre nicht mehr gewesen das kann ich nicht mehr in die Hand gucken das habe ich alles gemacht also ich habe ja ah ja, schön 2 Punkte, nice ich bin immer noch ein MK-Eagle haha was sind am Dorf? ja voll, du hast ihn am Dorf Liko ja Spann dann Na und Deine Mauer ich kann es ja nicht ich kann es nicht die messen w detail mehr Lisa haben sie einen shorts Ich find das aus. Ah, nicht! Dreck! Daniel! Hallo! Das stimmt direkt in die Hälfte! Vielleicht? Vielleicht! Oh, fuck! Bestes Spawn ever! Natürlich! Wo bist du? Am Türhof? Natürlich! Bei Mandi oder wie noch immer! Niko geht bestimmt bei seinem Stehen, wie immer! Ah, fuck! Ich bin überliebt! Wirklich? Ja! Wie kannst du das überlieben? Komm an das Haus, ich werde noch das! Dann leufe mal das aus! Ich werde noch kremen an das Haus, Niko! Genau, jetzt bist du bei den Beben. Das ist kein Internet auf mich schießen! Genau, wie wer das hat! Hahaha! Ich muss... Ich bin überliebt! Ich bin überliebt! Oh, fuck! Daniel, komm mal raus! Jetzt geh ich schon mal im Haus, Spawn! Das Glück! Das Glück! Ich bin schon gesucht! Ich bin schon gesucht! Ich bin schon gesucht! Nein, mir fehlt der Punkt an der Mutter! Ich weiß nicht genau, wo du es direkt hinterher zooms! Hahaha! Ah, exküzen, exküzen! Oh, fuck! Ah, cool! Ich komm schon hier! Hier, in das Base! Sie sind gut am Snipern! Ich bin schon hier! Ich bin schon hier! Ich bin schon hier! Ich bin schon hier! Ich bin schon hier gespawnt! Ich bin schon hier! Ich bin schon hier! Ja, das ist Snipern! Das ist Snipern! Das ist Snipern! Das ist Kicken! Das ist Kicken! Das ist Kicken! Oh, fuck! Du hast ihn! Ah, fuck! Der Sonnenflash! Ja, voll latscht! Ich konnte drauf zielen! Ah, man! Hey, wir wollen keine Spannung! Das ist wissig scheiße! Was haben wir noch nie getauschen? Aber man soll jetzt noch Futter zersetzen! Ich bin echt ein Wassgelap! Dankeschön, ich bin echt klar! Wer hat gerade an der Schuss die gekraut ist! Ähh, Du bist dein Niko! Ähh, ich bin echt, ich bin echt. Ich bin richtig gern! Ich bin echt dran! Hören, ich bin echt dran! Fuck! Nein, ich bin echt dran! Hast du das schon? Du bist schon immer, wo du bleibst! Ja, ich bin echt dran! Ja, nicht weit! Niko? Hm? Du dornst ein bisschen. Nö. Ah. Wie willst du wissen, dass du stattziehen? Weil du nirgst Niko drübersteht. Er hat mal einen Winz. Was? Bestimmt einen Tobi oder so. Ich geh nicht in den Tobi. Das ist ein Sniper in deinem Haus. Weil ich ihn in den Augenlachen gesehen habe. Mal gucken. Genau den. Das war's. Ohhhhhhh. Gut ich dich. Das heißt, ich geh nicht in den Tobi. Ja, du musst dich dumm, wenn du dich nicht stöhnen willst. Daniel, du bist immer noch in deinem Haus. Nein, du bist nicht da. 10 Mal schon da. Okay. Du bist ein dummer, wenn du den Tobi bist. Ja, ich hab mal eine Brücke. Ja, du bist viel besser. Du bist immer nicht in den Tobi. Du bist immer 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 in den Tobi. So, ich kann in den Tobi. Ah, das ist ein dumm. Jetzt bin ich da. Dann bin ich da. Wo wollen wir das? Das ist nerf-racking. Definitiv. Das ORCHZE. E조. Wenn du dann die Tobi zu hinter die Brücke hast. Saue mich nicht? Das sind dercke nicht. Ich 100%- paljon. Da bleib ich von mir nichts an. Tschüss, dann nimm dich in dem Haus. Ok, sie sind nicht. Oh, komm und babe. Weil ich war denn die Lampe? Irgendwann nicht? Was mein Haus? stuffing, dein Ei? вроде zu育 Lot. Guck mal FACK Hahahaha das war ich nicht Daniel Und wann seh ich, dass du nicht so weit von mir wasch machst? Ich geh nie weit von dir gespawnt. Das ist ja auch gut. Aber da seh ich nicht genau bei mir aus, weil ich hier nur will, denn. Und so am Herd. Direkt am Busch hier von unten. Fuck yeah! Ich weiß nicht gerade, wie ich was hier ver... Nee, nee, nee. Nein. Ja, wie los! Ich lass dich nicht hier. Das ist so, wie du ich INSTRED. Nein, ich hab' kein Leben. Ich hab' mir lauf, das ist so zu meinem Haus. Nein, man kann ja nichts tun, nicht. Nein, nein, ich hab' nichts tun. Dann, du sag' was, wenn aus aus aus? Ja, das ist so. Du sag' mir was, wenn aus aus aus? Dann sind auch nichts. Ja, aber ich hab' mir zu Hause. Ich hab' mir mal zu Hause. Ja, da liegt schon ganz schön. Ich will auf der anderen Seite spawnen. Natürlich. Und das schon bei mir. Natürlich. Genau auf das eigentlich der Platz gespawnt. Das ist direkt nie öfter. Das ist echt. Wirklich direkt nie öfter. Weltern. Ja bei mir auch. Und nicht schon rum. Was hast du früher um am Busch? Hast du dir glaubst? Nicht mehr. Das ist so ein scheiß Porn. Ja dass du nicht in die Nife auf dem Dörf. Wirklich, ich bin scheiß Glück zum Korn. Dann lass uns noch ein Buch. Weil es schon absolut nur Löhnen geht. Ich bin scheiß geliebter. kein beschädigte schäuze 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 oh fuck das ist ganz nur wenn das nicht macht ich schäuze 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 Niko hast du das schäuze ich will das vielleicht Maybe Maybe Hostel Appels Niko Schäuze 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 Hey Wie guß mich durch die Mauer Wohlhack Ich guet dich nicht durch die Mauer Niko Wer hat dein B gesehen? Ja Na pfff Schäuze 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 Also Herz Oh oh Tommy Toi Nee Tommy Ich Nee was gibt mit Ich geh de zei Du wirst Wait if you can 1 2 3 4 Wetter Boom Oh Ich exercise Ich hole vor Bomm Du wirst nicht schlafen Du lebst gerade bei der Felsen Fuck Nimm mal sicher Ich freu mich immer noch, wo du schaffst Ja, ich lasse den Arsch Fuck Ich sollte sicher gehen Oh Mann, schminkst du dich vielleicht Wax Ja Das ist unsere Schussrichtung Ja Was ist sicher? Das ist vom Dörf Also von mir ist das vom Dörf In der Seite ist es ein Heisermangel Du in der Richtung Scheiss Nee, lass mich auch nicht Er hat gelohnt ihn Er ist nicht bei den Heiser Was ist sicher? Ich gebe mal Nandi am Dörf Nein Ich habe gar nicht viel nix Scheisse Frau, aber wir haben auch Frieden Vielleicht Vielleicht sie dich hören am Degen Am Turm Oder beim Turm Vielleicht dich nicht erinnert Im Turm Nee, ich bin ganz erinnert Vielleicht bist du tot Nee Scheiss Was ist die Leckung? Sooo Oh fuck yeah Wie war das? Es kommt nix für mich leid mit dem Platz Wie kannst du mich ganz nimmbringen? Luke, sie laske auch schon, du Was? Nee, da ist gar nicht ein anderer Platz Ich verruh ihn nicht an mein Sniperplatz Oh fuck Oh Andy BÄM Wie war das? Wie war das? Wie war das? Wie war das? Haha Noob Ich leufe noch mal, du Panner Haha Ich mein, das ist noch mal im Dörf, die Spackel Wie war das? Wie war das? Wie war das? Ah, du hast mich gekillt, ne? Nee Nee Ich war das Also Du kriegst dich gegenseitig von denen und mir siehst Ich freu mich Ich freu mich Ich Ah ja, das war die Dinge scheiße Du sitzt die ganze am Turm, du Kämpfer Ich bin nicht am Turm Ja, ja Nani sitzt bestimmt am Turm Ich habe einen Turm Haha Gönn ist verdammt, Mensch Ne, ich habe einen Turm, du ganz ehrlich Ich kann die Map, ihr Nerd Oh, Moin Ich wusste das eh bei mir wär Ich hab die ganze Zeit an der Trabe Ich hab die ganze Zeit an der Trabe Ich hab die ganze Zeit an den Traben geguckt Ich hab mich gleich im Plopfer Du hast noch nie geguckt, du hast mich nicht Du hast noch nie geguckt, Tess Magnes Ich bin nicht, du Ich bin nicht, du Wurde, war Messer an der Hand? Nein Naa Ich bin nicht im Plopfer Ich habe mal geguckt, du hast gaten Ich bin nicht in dich Wirst du sicher, guck nicht. Nein, ich guck nicht, danke. Das ist schon zu Niko. So lange hast du nicht gesehen, wirst du nicht da. Neeee! Niko wird nicht in der Straße. Wird mich gekillt. Was? Ich guck nicht. Das geht aber. Du hast nicht gekillt gehofft. Aber ich weiß wo die Leute. Ich weiß nicht. Du hast gleich eine Stange an der Tür. Nee, ich weiß nicht. Oh oh oh! Ich weiß nicht, die sich die Leute. Was ist die Leute hier? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die Stange an der Tür. Das ist ja super. Das ist Tommi, die Partner. Tommi, ich stehe raus und leise den Stange raus. Was? Nee? Meinst du denn? Dann sag ich. Zeig mal deinen Trickern. Jetzt immer deinen Trickern. Du hast deinen Trickern. Nigger Trickern. Was? Lauf! 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 Wie willst du? Wo ist ich nicht durch? In einem Haus? Scheissdreck. Okay, wo ist auch in einem Haus? Wo war's denn? Das ist ja gut verstärkt. Der ist im Turm. Eddie, Daniel. Viel Spaß. Wie war das gerade umgefallen aus? Ich hab gerade der Taber gesagt. Ich hab jetzt hier doch. Möchtest du in einem Haus? Möchtest du in einem Haus? Ja, du bist gerade in einem Haus in einem Haus. Wie hast du mich verreckt? Möchtest du? Wie, wo verstößt du denn? Direkt vier Runden da. Also, wo ist denn? Am Zalt. Nein, du fach dich! Du Dölpes, man. Es ist ganze Dölpes. Was ist denn beim Turm am Zalt? Ja, am Doktorszalt. Andolive den. Nee, das finde ich nicht, nee. Hallo! Hast du gerade eben im Turm in der Läufe gesehen? Fuck yeah! Wie ist das denn? Krui dich gleich. Ja. Boah, es ist ein Dekutsch in einem Mini-Fenster durchgeschossen. Sonst er kriegt. Ja, ich bin doch vielleicht gesuckit. Äh, falsch gekut. Bein Name noch mal Niko. Es ist gut, Niko. Mann. Ich fach ihn an der Mauer. Du lässt mich den anderen Weg gucken, Niko. 10, 10, 13. Oh, komm! Boah, die war ein geil, Niko! Die Schuss hat einen halben Stunden gebracht, Winster. Wer setzt da drauf? Schwimm! Fisch! Nein, die hat bestimmt einen E-Kill gemacht, oder so. Mein Ding, in das Zing, meinst du auch. Nein, fuck. Nein, keinen halben Stunden. Nein, keinen halben Stunden. Ja.